Herzogin Meghahn, hat sie ihrem Lebenslauf geflunkert? Während Prinz Harry, 38, in London renommierte Privatschulen besuchte, konnte auch seine spätere Ehefrau Herzogin Meghahn, 41, durch einen Lottogewinn ihres Vaters eine ausgezeichnete Schulbildung genießen. Wer jedoch Interviews über diese Zeit miteinander vergleicht, stolpert über ein Detail, bei dem die Herzogin widersprüchliche Angaben zu machen scheint, was Meghahn über ihre Schulzeit erzählt und warum er deshalb vorgeworfen wird, bei ihrem Lebenslauf ein wenig zu schummeln, erfahren Sie im Video. Verwendete Quelle, CBS, Variety